Microsoft Studios Moon Studios presents Ori and the Blind Forest und damit Zeitgerüst von ihm Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladung zu einem neuen Netztest zu einem Netztest Ori and the Blind Forest auf meinem Kanal auf ZNAM4STLP Ja Die Demo-Version nun im Netztest Ich würde sagen Auf geht's Wir starten Ende des Spiels und schauen uns mal in der Welt von Ori im Blind Forest im Blind Forest sozusagen um auf geht's Auf geht's Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern als Ori von Midget in Sturm und Wind mit die Wow, okay, wird also jetzt dieser knuddelige, dicke, irgendwas, spielt das wirklich jetzt gerade zum ersten Mal, dieses Spiel, und die Atmosphäre haut nicht wirklich um, wir sind im Schwalbennest. Okay, ich bin wirklich bisher gar nicht dazu gekommen, das irgendwo zu sehen, das irgendwo zu spielen, oder das nur ansatzweise irgendwie damit in Berührung zu kommen, also das ist jetzt wirklich original, original, das erste Mal, dass ich auf die Welt von Ori and the Band vorrust, als Nao mein Licht an sich nahm, sah und sah, jetzt habe ich das versaut, als ihr eigenes Kind. Ich weiß gerade echt nicht, wann ich sprechen soll, und wann ich die Schnauze halten soll. Das ist jetzt hier so ein atmosphärisches Spiel. Ja, jetzt spiele ich den kleinen, hellen, knuffigen, ja, was ist das? Affen? Fuchs? Kleiner Fuchs? Ich weiß es nicht. Mir kommt das hier wirklich zum allerersten Mal vor, also ich habe es mal vorgehabt, das Let's Play zu bringen. Ich hatte das mal, ich hatte das mal wirklich im Sinn, das mal zu spielen. Aber so richtig dazu gekommen bin ich nicht, noch gar nicht, also ich habe es nicht mal, ich wollte es mal angucken, aber das ist so ein Projekt, so ein, ja, eins der vielen, es gibt einige Projekte, wo ich mir so denke, ja, das sieht interessant aus, das könntest du mal spielen, aber... Brückenbau, wie schön, das ist, das gefällt mir, das, das überrumpelt mich jetzt irgendwie auch in gewisser Weise. Das ist, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt auch wirklich nicht gedacht, also das ist, das ist jetzt hier, das sind jetzt hier nur die ersten Minuten der Demo. Ich bin schon hin und weg, das ist echt nicht schlecht, bisher ist noch gar nicht so viel passiert, also wir haben noch kaum was gemacht, also das ist so ein Spiel, so richtig in dieser schicksalshaften Nacht. Ich muss ja langsam, ich muss ja ab und zu auch mal die Texte vorlesen. Und dann tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Wie soll ich sagen, das ist der Wahnsinn. Ich rief nach oben. Ist das nicht putzig, das kleine Ding. Es ist wirklich noch nichts, es ist quasi noch nichts passiert, fast noch nichts. Okay, ich bin, ich bin, es ist wirklich, ich komme gerade nicht drauf klar. Es ist... Ja... Ich muss das jetzt jetzt bleiben, ich muss das Meist jetzt bleiben, ich muss einfach... Ich erinnere mich an die Zeit jetzt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich hier, wie ich hier das... Es ist, ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll, wie das, wie... Es ist... Ich bin, ich bin... Im Niedergang und ohne Licht. Ich bin... Ich bin... Ich sollte, glaube ich, einfach die Schnauze halten, das wäre das Beste für diese Szene. Der Wald nur blind und traurig war. Ich mach da unbedingt mal Let's Play dafür, dann halten wir auch die Fresse und dann hört ihr mich nicht zwischen den Zeilen quatschen, das versaut ja euch irgendwie die Atmosphäre, ja ich weiß, aber ich will ja auch irgendwie in dem Letztest so ein bisschen Feedback geben und so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen und euch meine Meinung dazu sagen und so ein bisschen erzählen, das ist ja der Sinn hinter dem Letztest, bei dem Let's Play haben wir Zeit, da haben wir mehrere Parts zur Verfügung, aber hier, doch die Hoffnung zeigt ihr Gesicht jetzt spiele ich den Clane wieder, das ist einfach geil, das kommt jetzt im Let's Play, im Let's Test jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so rüber, das kommt wahrscheinlich gar nicht mal so, so atmosphärisch rüber vielleicht auch, weil ich ständig dazwischen quatsche, weil ich hier mein Gelaber einspreche, aber ja, die Demo gibt es gratis im Nintendo eShop, ladet euch runter und spielt selbst, ich glaub das Spiel ist auch gar nicht so teuer, auf Steam auf jeden Fall erhältlich, ist ja auch auf der Switch, ja, kann man mal gucken, oooh, was ist los, das kleine Fuchs, das kleine Fuchslein und der große, der große Bär, nun wieder ein Weiß, ganz allein, oooh, Mensch, die kleine, ist der dicke gestorben oder was, ohne Grund zu bleiben, mir wird hier nicht wirklich was erzählt, oooh, tut unbedingt auf der Suche nach einem Licht, ok, und nicht ok, such schwach und voller Leiden, oooh, das tut einem doch leid, jetzt das kleine, das kleine Leuchterdings, als schreiungehörte Verhalten, oooh, jee, kleine Ding, und alle Hoffnung verloren ging, oooh, Mensch, ich steuere das tatsächlich hier so ein bisschen, oooh, Mensch, ist die Kraft meines Kindes weg, oooh, komm, Kleiner, du schaffst das schon, rappel dich auf, weiter, du musst aufstehen, schaffst das, kämpfe weiter, nicht aufgeben, du kriegst das hin, stopp an dich, und der letzte Atemzug getan war, oooh, was ist denn hier, was ist denn hier los, oooh, Mensch, Spiel, was machst du mit mir, als ob jetzt beide tot sind, alle sind tot, Ende, alles klar, die Reise beginnt, mit Erfolg freigeschaltet, ok, Spiel gespeichert, da werden wir also, huiii, ich lebe wieder, ich bin frisch und jung, jetzt ist mir nichts passiert, und, quick, lämmendig, und die Anleitung sagten, dass sie B gedrückt haben, so hoch zu springen, Waldsenke, das B gedrückt haben, um weit hoch zu springen, so viele Geheimnisse, aha, durch Plattformen durch, zackige Dinger, haben uns getötet, oder was, nicht gut, huiii, da hoch kommen wir wohl nicht, so durch hier, nach unten springen, nicht im Wasser trinken, sachte, sachte kleiner Fuchs, ja, Speicherpunkt, check the point, nein, du hast eine Lebenssplitte gefunden, sammle diese Splitte ein, um Vitalität wieder herzustellen, Vitali, Vitalität, du hast mehr Energiezeile gefunden, jetzt kannst du mehr Energie einsammeln, und nutzen, denke daran, dass du mit dieser Energie eine Sehne verbindest, Verbindung erzeugen, und das Spiel speichern kannst, oh, halte A gedrückt, um die Sehnenverbindung zu erzeugen, und dein Spiel zu speichern, Spiel, gespeichert, nice, das sind also die Checkpoints, hm, ah, böse Monster, ähm, okay, wie, was, wo, wann, ähm, was, was tun, ähm, okay, ähm, war gut, dass wir hier gespeichert haben, wegfahren, cool, ah, du brichst die Wand, ah, okay, und weiter geht's, hui, es hat mir zu viel Angst gemacht, das Monster tief im Waldwand, Uri, das Verlorene, drückt Y, um ein kleines Licht aufzunehmen, ein Licht, das Licht am anderen Ende des Tunnels, ein kleiner Vieh oder was, meine Kraft geht zurück, ich bin ein Stein, das Licht und die, und die Augen des Geisterbaumes, ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als ich im Griff lockerte, ich kann dich auf diese Reise führen, wenn du möchtest, sei schnell, hörst du das, sie, müssen hierher gefölkt sein, Monster, die, 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 from立te, zack, Attacke, das ist eine Attacke, damit kann ich angreifen, du hast etwas Geistes nicht gefunden, wenn du in den Kreis füllst, hältst du einen Fähigkeitenpunkt, okay, jetzt muss ich hier die Monster besiegen mit meiner Attacke, schön ein bisschen ausweichen und nicht angreifen, verdammt, okay, ich habe das Ding gefunden, andere drei besiegt, ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbauer, in der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden, vor uns liegt ein Weg, Weltsenke, okay, das ist die Map, Hohlheim, okay, alles klar, was ist jetzt unsere Mission, zurück gegen den Baum hier suchen, oder was jetzt, genau, was ist jetzt der Plan, wie läuft das hier, oh, Monster hier, hier und überall, fremd, wir müssen also zurück, okay, hier sind wir gestorben, können wir noch einleben, aber jetzt können wir angreifen, auch diese Stacheln hier, auch diese Stacheln hier, können wir ausschalten, und dich, und diese Glänze, das Wasser können wir nicht ausschalten, so, lass dir nicht treffen, so, hier können wir dann das Speicherpunkt laden, okay, hier sind wir oben, da wollen wir vielleicht nicht hin, hier wollen wir durch, das ist der Weg versperrt, oh, haben wir hier den Baum gefunden, Geisterportale sind es durch uralte Baumwerke, nicht durch, es sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganze Nebel zu reißen, das Licht der Geisterportale, kann auch deine Kraft herstellen, wenn du einmal erschöpft bist, ich würde gerne einmal meine Kraft herstellen, drücke Y, um das Spiel zu speichern, X, um zu teleportieren, okay, Spiel gespeichert, nice, und einmal teleportieren, es wurden bisher noch keine anderen Geisterportale, ah, okay, wie kann ich teleportieren, tja, hm, ja gut, also weiter, weiter im Text, so, wie soll ich jetzt mal anfangen, ich sollte hier mal speichern, das mache ich mit Y oder, ja, Spiel gespeichert, hier, sehr gut, ja, überziehe ich ja wahrscheinlich, oh, ich habe hier wieder einen geister Punkt, Spiel gespeichert, hier geht es hoch, fahrt mit, zackern, hier mal die Wege zerstören, hier wollen wir tatsächlich noch nicht, da kann es lang gehen, und jetzt, durch die Monster durch, die halten uns nicht mehr länger auf, es ist noch gar genug, sie zu besiegen, die kleinen Monster auf dem Weg, auf jeden Fall, so, hau, ups, oh, ein hoher Abgrund hier, fast einen Schlüsselstein gefunden, Geistertore öffnen, und damit Geistertore ein Schlüsselstein nötig ist, ah, okay, okay, dann muss ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter, kann ich hier die Spitzen zerstören, offensichtlich nicht, aber ich kann hier unten noch weiter, hier geht es voran, ein Geistertore blockiert unseren Weg, vor den Tagen des Verfalls, waren die Tore ein sicherer Schutz, die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein, den Geisterbaut zu erreichen, müssen wir in die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt, Nice. Öffne Dich Tor, lass mich hindurch, so, weiter am Baum oder was? Geisterhöhle, Schwarzmutzel, Gänger und Hohe Haien, Geisterhöhle, ging doch gut, ging doch nach Ziel, das ist gleich an so im Marit-Fahren Geisterhöhle da waren wir uns durch da ging es durch ah die Zivilisten ich gehe los hier viele Gene unterwegs ich muss weiter ich lasse mich nicht besiegen ich darf mich nicht besiegen liegen lassen ich muss hier voran kurz den Schweiß abwischen und weiter geht's na komm du wirst die Gefahren überstehen ich glaube an dich kleiner Fuchs du schaffst das immer weiter voran niemals aufgeben da waren jene die sich auf Funk zuwandten hier scheinen wir richtig zu sein als sie verwüstete und tötete der Baum das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen es lebt es lebt er dir in Mut und Sternen und in jedem Tier ja gut es ist der Grund dafür dass wir leben er ist der Grund dafür dass wir wachsen als er vor vielen Jahren dazu aufrief nach dir zu suchen wurden wir von unserem Feind angegriffen verwundet und getötet nun sind diese Stammbäume alles was wir noch haben alles was noch übrig ist komm jetzt näher und spüre das Licht von viel den Geistern ich spüre das Licht von viel du hast Wandsprung erlernt um die Fähigkeiten zu nutzen musst du dich unter Verwendung von dem links zu einer Wand hin bewegen uns dann wiederholst B drücken um nach oben zu springen Seelenverbindung ist bereit aha ok Wandsprung sehr nice du hast eine Energiezelle gefunden jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen den Charaktan dass du mit dieser Energie Seelenverbindung erzeugen kannst und das Spiel speichern kannst Let's save the game Tipp A Fähigkeitenbaum abzurufen Fähigkeitenbaum Erfahrung Seelenverbindung zeigt an wieviel Geisterlichter Ori eingesammelt hat absorbiere noch 73 um einen weiteren Fähigkeitenpunkt zu erhalten ja das wahrscheinlich jetzt nicht mehr eine Demo oder ja ist doch ein hervorragender Punkt um dieses Spiel zu spenden um diese Demo auch zu schließen hier am großen Seelenbaum Geisterbaum ja dumm ich nach uns dass euch gefallen haben dieses kleine Letztest von Oriente Blind Forest die Demo Version habe ich noch mal angehen fürstlichen Tag man sieht sich im nächsten Video auf meinem Kanal wieder und ja man sieht sich auch da ne tschau tschau